Der Onko ist offline. Genau. Kommt der Onko wieder online. Und Zelda, danke für dein Follower. Und gleich wieder da. Unterhalt mal den Stream. So, wer hat Bock, den Onko zu töten? Und richtig ordentlichen Stein ins Gesicht zu hauen. Okay. Onko, ich hab Angst. Der Onko hat sich auch abgebildet. Gut, dass der Onko jetzt weg ist. Gut, dass die Onko jetzt weg ist. Das ist schonmal sehr gut. Der Golem ist schonmal tot. Wollen wir Onko wieder zur Ablenkung? Also Onko ist heute lang gegrollt. Wir machen uns auf die Ablenkung. Alter Schwerer... Ich weiß, Onkor hat lange überlegt, ey. Was muss man jemanden? Wer versteht was für eine Unterhaltung? Ich habe keine Ahnung, aber du hast lange überlebt bei dem Golem. Ich habe keinen Plan, was wir hier machen müssen. Freuzen! Freuzen! Ja, aber der ist so offline. So, und jetzt müssen wir irgendwas mit dem nämlich machen. Einschalten. Ja, den müssen wir hier. Wir müssen erst den Klein, ach ne, jetzt können wir. Wir können den Klein immer nur angreifen, wenn der offline ist. Aber die kriegt doch gar keine Energie aufgezogen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah. Verdammt. Warte. Nein. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich bin auch hier seit der 20-30. 40. 40 würde ich jetzt nicht sagen. Ich brauche Heilung. Ich brauche ein neues Leben. 69. Warum denn immer 69? 69. Jaja. Beine, ey. Wo kommen denn immer diese ganzen scheiß Spitter her? Die sind nervig. tall. Hey possibly. Du wirst 115алы nuclear- Ich denke, dass er auch alles macht. Ur. Potscha. Auf geht's, wenn das Ganzeuary되eret heißt, ist das überhaupt nicht komplett? Hier, bring dir mal ins Regen. Hier. Und dann schubst du ihn raus. Mit eins. Bring dir ihn ganz an den Rand. Eins. Aber wenn sie das macht, komm, stell dich mal hier an den Rand, wenn du ihn hast. Hier hin, hier hin, wo ich stehe. Jetzt bin ich runtergezogen. Runterschmeißen. Kann ich dich noch nicht mal wiederbeleben, weil ich nass bin. Nur nicht sterben. Ich brauche jetzt gar nicht sterben. Ich brauche jetzt gar nicht sterben. Man muss den hier rausschmeißen, glaub mir. Ich muss dich hier hinstellen, wenn der dir hinterher geht. Geh richtig an den Rand. Hier hin. Wie geht denn der immer auf dich? Du stellst dich doch da nicht hin, verdammt nochmal. Nein. Da. Da stand der gerade perfekt. Da. 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 Auch so ein Stück zurück. Ich bin tot. Nicht hier reinlaufen. Rauslaufen. Nein, holst du mich wieder? Warte mal, ich will was ausprobieren. Komm, mach den Zauber auf den, komm. Hab ich schon versucht. Ich dachte, ich... Nein. Ich wette mit dir, der muss hier irgendwie runtergeschubst werden. Und dir geht das doch auch. Mach mal Eisschutz, ey. Das geht ja mal gar nicht. Und wenn wir unsere Strahlen kreuzen... Mach auf jeden Fall Eisrüstung. Dann kriegst du hier gar keinen Schaden. Oder wenn die den Strahl auf den macht, dass wir uns mit Strahlen hier reinpacken. Jetzt zum Beispiel. Fängt nix. Ich bin immer noch der Meinung, man muss den da rausschupsen. Kannst du mich wiederholen? Kannst du mich wiederholen? Bleib da stehen! Ich bin nass, ich muss dich wiederholen. Vier. Passt ja nicht, ne? Hier war doch irgendeiner im Chat, der doch den schon getötet hat, ne? Ja, der Play for Fun, aber der ist nicht da. Mehr an den Rand. Dann bin ich richtig hier an die Wand. Und?